Sie kennen solche Situationen. Ihnen werden neue Aufgaben übertragen, die noch etwas ungewohnt für Sie sind. Oder Sie arbeiten gelegentlich mit Programmen, bei denen Ihnen die Routine fehlt. Oder Sie müssen Ihr Wissen auffrischen, weil es Software-Updates gab oder sich Prozesse verändert haben. Für all diese Fälle bietet Ihnen die TT Performance Suite eine Hilfe an. Die TT Performance Suite steht für eine Reihe von Bausteinen, die Ihnen Informationen genau dann bieten, wenn Sie diese brauchen. Lernen Sie im Folgenden, wie Sie einzelne TT Performance Suite Komponenten nutzen können. Für den Schnellzugriff auf Informationen innerhalb beliebiger Anwendungen steht Ihnen der Quick Access zur Verfügung. Mit einem Klick auf das Orangensymbol in der Taskleiste öffnet sich ein Indexfenster, das auf alle verfügbaren Anleitungen, Kurse, Guides und sonstigen Informationen aus Ihrem Unternehmen verweist. Das Quick Access-Angebot wird durch Sie oder Ihre Kollegen ständig aktualisiert und kann für alle IT-Anwendungen in Ihrem Unternehmen verwendet werden. Die Guide-Applikation hilft Ihnen weiter, wenn Sie eine bestimmte Aufgabe im System erledigen möchten, aber nicht die einzelnen Arbeitsschritte dazu kennen. Starten Sie den Guide. Er unterstützt Sie Schritt für Schritt bei Ihrer Arbeit im System. Ob Produkttrainings, Programmsimulationen, Sicherheitsschulungen oder Compliance-Unterweisungen, E-Learning bietet Ihnen interaktives, selbstbestimmtes Lernen direkt am Arbeitsplatz. Wann und in welchem Tempo Sie möchten. Sie möchten mehr zu einem Thema erfahren oder auf Inhalte einer konkreten Schulung zugreifen? Direkt aus dem Quick Access heraus können Sie sich einen passenden Überblick verschaffen und bei Bedarf das gesamte Curriculum durcharbeiten. Öffnen Sie Schritt für Schritt Anleitungen oder Wissensdateien, um zu einem spezifischen Thema Hilfestellungen zu erhalten. Die Dokumente sind im Standardformat angelegt, um Ausdrucke zu vereinfachen. Haben Sie Fragen zur TT Performance Suite? Unser Team ist immer gern für Sie da.